Der Haifischfang boomt. Etwa 70 Millionen Haie werden jährlich nachhaltig getötet. Sie verlieren auf grausame Weise ihr Leben für ihr Fleisch, ihre Rennereien und vor allem für ihre Flossen. Es geht den Fängern um die Flossen. So werden diese abgetrennt und das meist noch lebende Tier ungeachtet ins Meer zurückgeworfen. Dort erstickt es langsam und qualvoll. Die einstigen Jäger der Weltmeere werden zu Gejagten. Umweltschützer verurteilen die immense Fischerei auch aus ökologischer Sicht aufs Schärfste. Befürchtet werden Unterartensterben von Haien. Durch die lange Fortpflanzungszeit dieser Tiere kann sich ihr Bestand nicht schnell regulieren. Unser Konsum führt auch im Ozean zum Rückgang der Artenvielfalt. Wer davon ausgeht, dass lediglich Länder wie Indien und China Abnehmer der Heilprodukte sind, liegt falsch. Auch einige EU-Staaten unterstützen durch ihr Kaufverhalten den tierquillerischen Fang. Europa ist also keineswegs außen vor, wenn es um den Haifischfang geht. Wir Menschen nehmen uns von den Tieren all das, was wir zu unserem eigenen Vorteil gereichen können. Ohne Rücksicht. Die EU sollte ihr Vorbild sein und mehr Verantwortung übernehmen im Sinne der Tiere und der Umwelt. Ich empfehle daher, die Petition offen zu lassen. Danke. Natürlich. Danke. 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 Danke.